Seit dem 30.10.2024 ist ein neues Plugin auf dem Markt, das so unfassbar gut und revolutionär ist, dass jeder noch so passende Titel für dieses Video einfach nach Clickbait geklungen hätte. Natürlich werden wir uns gleich mal die einzelnen Funktionen dieses Plugins im Detail ganz genau ansehen. Danach möchte ich jedoch nochmal darauf eingehen, warum ich persönlich davon überzeugt bin, dass dieses Plugin bzw. die Funktionalität dieses Plugins die Zukunft von WordPress ist. Denn aus meiner Sicht ist das Plugin so revolutionär, dass es den Umgang mit WordPress für uns alle für immer verändern wird und das, was wir bislang von WordPress aus unserem Admin-Bereich kennen, der Vergangenheit angehört. So, jetzt geht es aber erstmal direkt zum Plugin. Und der Name dieses revolutionären Plugins lautet Command UI. Ich befinde mich hier gerade auf der gleichnamigen Webseite und hier im Titel wird direkt damit geworben, erstelle und verwalte WordPress-Seiten in Rekordzeit. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, dass hier nicht zu viel versprochen oder dass hier etwa übertrieben wird. Tatsächlich ist dieses Plugin eine wahre Zeitmaschine für WordPress. Denn dieses Plugin installiert einem eine Art Kommandozentrale, von der aus man die ganze WordPress-Installation aus erreichen und auch verwalten kann. Wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Ich starte hier mal wieder auf einer komplett nackten WordPress-Installation, die ich mir mit TasteWP gerade eben mal ins Leben gerufen habe. Man sieht hier ist noch irgendein willkürlicher Name als Seitentitel bestimmt. Ein WordPress-Theme ist standardmäßig installiert und die Sprache ist auch noch auf Englisch eingestellt. So, das Einzige, was ich jetzt in diesem Video auf dem klassischen Wege durchführen werde, ist die Installation des Plugins. Also gehe ich hier erstmal auf Add New Plugin. Wie gesagt, hier ist alles noch auf Englisch eingestellt. Und dann werde ich mir das Plugin Command UI hochladen, installieren und aktivieren. So, jetzt gehe ich nochmal zurück zu meiner nackten WordPress-Seite. Wie schon gesagt, hier ist jetzt noch gar nichts passiert weiter. So, und von hier aus werde ich jetzt als erstes mal meine neue Kommandozentrale aufrufen. Das geht natürlich auch von jedem anderen Bereich aus, aber ich werde das jetzt hier mal von der Homepage im Frontend ausmachen. Und dazu betätige ich nur zweimal die Shift-Taste und dann öffnet sich hier so eine schicke, kleine Kommandozentrale. So, und als allererstes möchte ich jetzt mal diese Installation auf Deutsch umstellen, denn ich möchte ja schließlich testen, ob meine neue Kommandozentrale auch auf Deutsch funktioniert. Also gebe ich hier jetzt nochmal Language ein und dann bekomme ich schon direkt die Settings und die General Settings angeboten, weil ich da ja bekanntermaßen die Sprache einstellen kann. Also klicke ich da drauf, dann stelle ich hier unten die Sprache auf Deutsch um, speichere das und damit ist der erste Schritt schon mal erledigt. Und das ging ja jetzt deutlich schneller, als wenn ich jetzt von hier aus erstmal ins Backend gegangen wäre, mir dann die Einstellung rausgesucht hätte und mich dann hier bis zu den Spracheinstellungen durchgeklickt hätte. Jetzt kann ich natürlich hier direkt mal die Gelegenheit nutzen und den Titel der Webseite in Command UI tauschen. Das speichere ich jetzt erstmal ab und dann gehe ich nochmal zurück ins Frontend und von hier aus mache ich jetzt damit weiter, meine frische WordPress-Installation so auszustatten, wie ich das auch gewöhnlich über die normale Benutzeroberfläche mache. Also werde ich nochmal hier zweimal die Shift-Taste drücken und jetzt gehe ich einfach mal auf Erstellen und dann wird mir hier direkt angeboten, entweder eine Seite oder einen Beitrag zu erstellen. Gehen wir doch mal davon aus, dass ich eine Homepage erstellen möchte. Also klicke ich hier drauf, dann erstelle ich eine Homepage, veröffentliche die und jetzt schaue ich mir mal meine Webseite an und muss feststellen, dass die Homepage hier noch gar nicht angezeigt wird. Und das kann sie ja zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch noch gar nicht, denn schließlich muss ja bei WordPress in den Einstellungen unter Lesen erstmal festgelegt werden, welche Seite hier als Startseite angezeigt werden soll. Also machen wir das doch mal von hier aus. Dann klicke ich nochmal zweimal auf Shift und nun weiß ich ja, dass wir die Startseite unter Einstellungen und dann Lesen festlegen können. Also gebe ich jetzt hier einfach mal Lesen ein und dann bekomme ich hier direkt angeboten, auf Einstellungen Lesen zu springen. Also klicke ich hier direkt drauf und dann kann ich hier meine statische Seite auswählen und in dem Fall möchte ich mir hier die Homepage anzeigen lassen. Also speichere ich das ab und so schnell habe ich den Vorgang auch schon bewältigt. Das an sich finde ich jetzt schon mal ziemlich cool, muss ich sagen. Allerdings kratzt das gerade erst an der Oberfläche von dem, was diese Kommandozentrale alles kann. Nun gehen wir doch mal davon aus, dass ich als nächstes ein paar Plugins installieren möchte. Also rufe ich mir wieder hier die Kommandozentrale auf, indem ich zweimal die Shift-Taste drücke. So, jetzt könnte ich hier erstmal ganz rustikal vorgehen und einfach nur das Wort Plugins eingeben. Da reichen schon die ersten drei Buchstaben und dann werden mir hier gewisse Optionen angeboten und darunter auch die Option, das Plugin-Repository zu durchsuchen. Deutlich effizienter wird diese Konsole natürlich dann, wenn man sich für gängige Aktionen oder gängige Vorgänge einen Shortcut merkt. So hat man hier zum Beispiel die Option, einfach P und R zu drücken, wenn man das Repository durchsuchen möchte. Also versuchen wir das doch mal. Ich gehe hier nochmal zurück und wenn ich jetzt hier PR eingebe, dann habe ich direkt die Option, das Repository zu durchsuchen. Jetzt lasse ich mal die Maus ganz in Ruhe, betätige nur die Enter-Taste, denn damit befinde ich mich direkt im nächsten Schritt, nämlich der tatsächlichen Pluginsuche. Und jetzt machen wir uns doch mal den Spaß und installieren einfach ein paar Plugins. Und ich hatte ja irgendwann mal einen Blogpost zu den acht interessantesten WordPress-Plugins für Anfänger verfasst. Und wenn man jetzt hier mal die Plugins durcharbeitet, dann habe ich hier zum Beispiel als erstes das Backup-Plugin Updraft Plus. Also gebe ich doch hier einfach mal Updraft irgendwas ein und da haben wir es schon. Jetzt drücke ich nochmal auf Enter, denn dann bin ich im nächsten Schritt und dann kann ich hier unten auf Install and Activate klicken und mache dann hier direkt weiter mit dem nächsten. Was haben wir denn da? Als nächstes haben wir Autoptimize und dann haben wir WP-Fastest Cache. Kümmern wir uns doch mal um die beiden. Drei Buchstaben reichen, dann bin ich bei Autoptimize, Install and Activate, das wieder raus und jetzt gebe ich einfach mal Fastest. Da haben wir schon WP-Fastest Cache. Das könnte ich jetzt auch wieder installieren. Ich möchte allerdings nicht WP-Fastest Cache installieren, sondern ich möchte Lightspeed Cache installieren. Also gebe ich mal LS ein. Da kommt es noch nicht. LSC, da haben wir es schon. Also gehe ich auf Enter und dann gehe ich hier unten auf Install and Activate. In der Zeit gucke ich mir mal an, was ich noch so brauche. Nehmen wir noch den Real Cookie Banner dazu. Also gebe ich hier einfach mal RCB ein, Real Cookie Banner, da ist er schon. Enter, Install and Activate. So, und jetzt gehe ich mal in mein WordPress Plugin-Verzeichnis und gucke mal, was hier so passiert ist. So, jetzt geht es schon richtig los hier. Jetzt fangen alle Plugins an, hier lebendig zu werden. Also nochmal zurück. Ich wollte mir doch einfach nur mal anschauen, was hier passiert ist. Also, in Nullkommanichts habe ich hier alle besagten Plugins installiert und das ging jetzt natürlich bedeutend schneller, als wenn ich hier über die klassische Suchfunktion jedes einzelne Plugin rausgesucht hätte. Ja, denn eben gerade hat man ja ganz schön gesehen, dass jede einzelne Suche auch immer mit einem Zeitaufwand verbunden ist. Wie lange das Ganze dauert, hängt immer so ein bisschen ab von der eigenen Serverleistung. Die Tatsache, dass ich das eben über die Kommandozentrale so schnell abwickeln konnte, ist, dass eine direkte Suche, die unabhängig von der Serverleistung ist, stattfindet. Und die Suche zu dem entsprechenden Bereich bei WordPress oder der WordPress-Installation, die findet im Browser statt. Deswegen konnten wir auch immer sehen, wie schnell diese einzelnen Suchanfragen abgewickelt werden konnten. Immer deutlich unter einer Millisekunde. Und das ist wie gesagt auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Suche im Browser stattfindet und direkt zum Ziel führt und wir nicht extra einen Umweg gehen müssen und uns dann durchs ganze Dashboard und so weiter klicken müssen, bis wir dann irgendwann mal da sind, wo wir tatsächlich arbeiten wollen. Und die Tatsache allein, dass hier mal eben 4, 5 Plugins in 0, nichts installiert und aktiviert werden konnten, man sollte besser sagen, aus dem Repository rausgesucht, dann installiert und aktiviert werden konnten. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert und beeindruckend. Und wie man es sich bereits denken kann, sind auch damit die Möglichkeiten dieses Plugins noch lange nicht ausgeschöpft. Jetzt gehen wir mal zum nächsten Schritt oder zum nächsten Beispiel über. Jetzt nehmen wir doch mal an, ich bin gerade im Frontend unterwegs auf meiner wunderschönen Homepage hier und stelle fest, indem ich hier meine Seite inspiziere, dass hier aktuell noch Google Fonts dynamisch vom Google CDN geladen werden. Im Normalfall würde ich dann erstmal wieder in mein Dashboard zurückgehen, würde dann die Lightspeed Cache-Einstellungen aufrufen, würde mir dann hier unten die Page Optimization raussuchen. Im Anschluss würde ich dann hier das HTML Settings Tab öffnen und hier unten hätte ich dann die Möglichkeit, die Google Fonts zu deaktivieren. Das ist ein ziemlich langer und komplizierter Weg zum Ziel. Jetzt schauen wir uns doch mal an, wie das mit Command UI funktionieren würde. Also ich befinde mich hier im Frontend und stelle gerade fest, dass die Google Fonts weiterhin dynamisch geladen werden, obwohl sie bereits lokal eingebunden sind. Also öffne ich mir Command UI mit zweimal Shift, gehe dann hier auf LS, dann habe ich LS Cache, dann mache ich ein Leerzeichen und dann suche ich mir die Google Fonts raus. In dem Fall reicht es wieder aus, dass ich die ersten drei Buchstaben eingebe. Dann werden mir hier die Page Optimization Settings direkt vorgeschlagen. Die rufe ich auf und schon bin ich am Ziel und kann hier unten direkt die Google Fonts rausschmeißen. So, im Anschluss möchte ich jetzt mal meine Homepage bearbeiten. Üblicherweise würde ich das ja wieder hier machen, über Seiten, alle Seiten und Seite bearbeiten. Machen wir das doch mal anders. Hier gebe ich jetzt diesen Shortcut, den kann man hier auch sehen, das ist wohl einer der gängigsten Shortcuts, GT für GoTo ein, also GT und dann noch Seiten, alle Seiten und hier kann ich dann schon mal direkt meine Homepage bearbeiten und wenn ich jetzt hier gerade so dabei bin, wunderschönen Inhalt dem Ganzen hinzuzufügen und mir plötzlich einfällt, dass ich doch noch ein wichtiges Plugin benötige, nämlich zum Beispiel das Independent Analytics Plugin. Dann öffne ich mir wieder meine Kommandozentrale. Wie gesagt, es gibt ja diesen interessanten Shortcut PR für Plugin Repository. Hier suche ich jetzt nach Independent Analytics und da reicht, wenn ich die ersten drei Buchstaben eingebe, dann finde ich hier schon das Plugin und das soll natürlich direkt installiert und aktiviert werden und das passiert dann so nebenbei und ich kann hier weiter daran arbeiten, meine Homepage fertigzustellen. Hier kriege ich eine schicke Info, dass das Plugin nebenbei installiert und aktiviert wurde und ich kann damit weitermachen, womit ich gerade beschäftigt bin. Okay, und mit diesem Ergebnis bin ich jetzt so glücklich, dass ich das direkt speichern möchte und mir daraufhin die Seite direkt mal im Frontend anzeigen lassen möchte. Wenn ich jetzt von hier aus das Bedürfnis habe, an der Seite wieder zu arbeiten, dann kann ich einfach den Buchstaben E drücken und schon befinde ich mich wieder hier im Editor. Also es gibt noch so ein paar Shortcuts, die ich jetzt auch noch nicht alle ausgekundschaftet habe, aber ich denke, man erkennt schon anhand weniger Beispiele, wohin die Reise mit Command UI hinführt. So, und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum ich persönlich davon überzeugt bin, dass das die Art sein wird, wie wir zukünftig alle mit WordPress arbeiten werden. Selbst wenn wir dieses Plugin hier nicht installiert haben, gehe ich davon aus, dass die Arbeit im WordPress Backend zukünftig ausschließlich so ablaufen wird. Es gibt nämlich bereits weitere Softwareprodukte für WordPress, die genauso arbeiten. Ich hatte ja kürzlich den Page Builder namens Edge gekauft, der aktuell noch nicht fertig ist, der ist auch nicht offiziell verfügbar, der wird gerade noch fertig entwickelt mit den zukünftigen Benutzern gemeinsam. Aber dieser Page Builder arbeitet mit einem ähnlichen Konzept, nämlich mit einer Control Bar, so ist es angedacht, von der aus die Möglichkeit besteht, auf jeden Bereich im WordPress Admin Panel zuzugreifen, ohne den Arbeitsplatz verlassen zu müssen und sich durch sämtliche Menüs klicken zu müssen. Also ziemlich ähnlich wie das, was wir gerade bei Command UI gesehen haben, wird bei Edge auch verfügbar sein. Und ich denke, dass das nicht die einzigen Produkte für WordPress sein werden, die so arbeiten. Ich denke, dieses Konzept werden auch andere Entwickler aufgreifen, weil es einfach zu gut ist. Es ist zu effizient und zu gut. Ich gehe davon aus, dass jeder so arbeiten möchte. Und vielleicht fühlt sich er sogar automatic dazu berufen, die Command Palette für WordPress.org nochmal ein bisschen zu frisieren.